Hallo, ich bin Janine Hoog. Ich bin Künstlerin und möchte euch heute ein Bild zeigen, das ich vor kurzem gemalt habe. Das ist eine Landschaft, vielleicht eine Seelenlandschaft, aufgebaut auf Recyclingmaterialien, also eine Werbekarte ist der Träger. Er hat dann Restenfarben vom Maler aus dem Kessel und bearbeitet mit Kohle, Aquarellfarben, Tinte und Ecolinfarben. Er stellt eine offene Landschaft dar, mit einem Gebüsch, nur wenig Schutz. Du hast viel Freiheit in diesem Bild, um über das Sein nachzudenken, dem Sein nachzugehen. Und über die Richtung nachzudenken, wohin dich das Leben führend. Ich würde mich freuen, wenn du interessiert bist an diesem Bild über deine E-Mail-Nachricht. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.